Ja, aber man kann ja auch nicht nur schönreden. Nein, 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 das sage ich auch. Das machen manche jetzt, sei denn auch. Ich denke, das Problem ist, dass... Ja, Autokraten beide haben Schuld. Sie sind alt und Sie wissen auch, was das heißt. Ich kenne das auch noch, als auch noch mit Waffenfolge. Aber, dass man auch nicht ständig irgendwie jemanden zum Kriegsherrn, Kriegskräuber einwandt. Nein, nein. Das ist schon... Aber beide Seiten. Europa sowieso. Und das Wissen jetzt... Die Erweiterung in der Osten. Sie haben eine Postkarte. Wunderbare Funken unter dir. Ist doch nicht herrlich, wenn Sie mit Funken... Überall ist das nur Konkurrent schützen. Sie sollten sich das scharfe überlegen, ob Sie halt nicht die Gefahren haben. Sie können mit Flösen nach hinten losgehen. So wie ich das jetzt hier mit Griechenland rausgehen, in die Landen, die mal gewinnen. Und dann kracht das richtig. Ja, dann gehen auch Frankreich und Italien. Ich habe mal raus. Ich kann auf die Gruppe, was alles andere interessieren würde. Aber das mit dem Arm kommt ganz schnell raus. Das ist ja unglaublich. Ne, ich habe es nicht, ich war lange nicht mehr. Also ich war jetzt zum ersten Mal, 20 Jahre. Das war ein Zettel. Das sind so große Häusernzettel. Ja, das sind ein vergeschlagenen, so schnell in die Häusern nicht mehr gewandt. Nichts, gar nichts. Das sind die nicht. In der Innenstadt. Ja, in der Häusern. Das sieht aus, als hätte man ein privater Fernseher-Aberatverkauf. Das ist alles so hervorragend. Das ist alles so hervorragend. Da war das Airbus. Der Kapitän und der B are here for your safety. It is important that you pay attention and follow instructions carefully. First, check your seatbelt. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's move on. I will find the seatbelt sign in the panel above your head. When it's on, you must fasten your seatbelt. We will provide extension seatbelts to increase. If you are not in your seat, when the seatbelt sign is switched on, please return to you and fasten your seatbelt securely. We suggest you keep your seatbelt fastened and visible during our flight. Even when the sign is off. Your lifejacket is underneath your seat. To use it, take it out of the container and place it over your head. 必定, to be amazed who is passing away. If you want to take that seatbelt, you can never see it right IF you watch it. If you want to collect it, you might not see it either. If you want to collect the disks or send them. It was fun to pull out. So well done. Ja, was soll ich denn aus? Als er jung war, der Schauspiel. Ich schreibe auch in einen und ich denke, das ist gut aussehen. War, aber das kann man sich bei dem alten Ruhnbein da nicht vorstellen, nicht denn? Wenn der so... Das ist auch gut. Jetzt sehe ich nur da aus, ne? Das geht so schnell. Das geht aber kurz. Die meisten sind auch ganz gut aus, hier. Wenn man die Leidenschaft auf dem Weg geht, ist es so gut. Die Leidenschaft ist 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 gut. Die Maske ist hinter der PANEL, über die Hände. Wenn der Kabin-Air-System verletzt wird, dann wird die Maske verletzt. Stay in der Maske, und die Maske auf die Maske zu öffnen. Please note, dass die Maske nicht in die Maske verletzt. Place es über die Maske und die Maske, 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 und die Maske. Ich bin nicht den Großen bei mir, dass die Maske verletzt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Im Moment nicht, wir bauen ja jetzt jedes Jahr 1.000, die wollen ja die 60.000, 6.000 übrigens, davon sind mindestens 70% unbezahlbar und dann haben wir es so gut, hast du dann da und schlagen sie richtig zu auch, ne? Das ist schuld. Die haben auch der Unterschiede von 20% die letzten paar Jahren, das stagniert ist ein bisschen. Also ich habe mal geguckt, wenn sie nicht unbedingt nach Eppendorf oder nach Winterbrüde wollen oder Schanze, dann haben sie immer noch die Möglichkeit für 600.000 Euro eine Wohnung zu kriegen, die erst möglich ist, in Farms oder solche Dinge. Es ist jetzt nicht so schwer. Nein, es ist schwer gestellend, aber das ist ja auch so. Boah, hoffen wir, dass sie die 60.000 Euro sein können. Ja, nee, klar. Ich weiß es von einigen Leuten. Die finden einfach, es gibt nichts, ne? Ja, und du musst in der Schlange stehen, ne? Ja, im Unterkirchen. Die ganzen Papiere anstecken, ne? Aber es sind ja, das ist ja eine Katastrophe. Also es wird eine Katastrophe brauchen. Ja, aber London, ja. Weil London ist natürlich noch eine ganz andere Stärkung. Nee, nee, ich weiß, wie toll das ist. Ja, das Ding im London ist, du bist, das gibt an welchem drei Ebenen. Es gibt erstmal die Sozialwohnung, die Leute, die da leben, ne? Die verdienen sechs bis sieben 50 Stunden. Das sind, äh, aber die haben halt Sozialwohnen. Dann gibt es die zweite Gruppe von Leuten, die in der dritten sind und seit 40, 50 Jahren in der Land. Die haben halt ihre Häuschen und ihre Wohnung als Eigentum. Und die zahlen vielleicht mal, wenn morgen schon mal 100.000 an. Und dann gibt es halt die dritte Gruppe, die da reinkommt in die Stadt. Von, aus dem Ausdruck, aus anderen kleinen Enden. Und die wird auf dem Ausdruck, die Wohnungsstück, die haben das Problem. Und, ähm, der Druck kommt auch nicht von, ähm, einfach aus Europa, dieser Wohnungsstück. Aber das Problem hat von den Arabischen, die so viel gehört haben, sie müssen mal bei Selfish am Samstag losgehen, da kommen sie vor wie auf dem Arabischen Versaar, da ist kaum ein Problem hier, ja? Meine Damen und Herren, wo ist man da? Ja. Ja. Ähm, bei dem Park von, von, äh, Medicine. Ja. Das ist das, was es ist. Die Brücke da haben. Ja, ja. Das ist ja eine riesengroße Anlage. Ja. Ja. Das sind die Hälfte der Rollen. Und einfach, ähm, die haben sie 10.000 Euro. Ja. Und das eine Thema, die wir nicht verstanden haben. Wieso? Die andere ist bis, äh, 2004, haben die in England ja ihre Wohnungen nicht isoliert. Das heißt, alles, was vor 2004 ist, ja, die sind eben im Stein, wie wir das so lange in den 70er Jahren haben. Ja, aber auf dem Sie sind. Weiß ich nicht. Ja. Wann haben Sie angefangen? Natürlich. In den Jahren. Selbst die Ende der neunziger Jahre. Die sind so, die sagen, aber können Sie nicht den Nachbarn hören, können Sie nicht den Nachbarn hören? Können Sie nicht den Nachbarn hören? Ja. 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 Und die sind auch nicht ganz geheilt. Die Handlage ist jetzt, äh, glaub ich, äh, sechs, sieben Jahre lang. Ja. Ja. Ja, ja, das ist ja gut. Ja. 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 Ja, ja. Nichtrecht gibt's gar nicht. Ne. Ja. So, der habe jetzt hier nur die Vorrichter gemacht. Ja. Aber Thomas, die macht das erst mal auf ihre Post und sie versucht dann das Geld eins zu tragen. Oh, das stimmt. Ne. Aber Frege immer, weil ich denke, die schon passen haben. Ja. Gestern war das Winter ja auch noch schön hier, ne? Ich weiß ja, gestern ja, aber... Ne, nicht früher. Draußen war es wirklich schön. Sonnenstrahl alles. Was ist das? Tage vorher, was soll. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was hier natürlich ganz toll ist, dass die Museen haben, das ist traurig. Das habe ich auch die ersten Jahre bei mir ausgelöst. Ja, aber ich wollte mal sagen, das ist so voll. Du musst die Museen haben und alle wissen, sie wissen andere. Ja, ja, ja. Und haben wir nicht bei Weitem aufgeregt? Aber bei Weitem nicht das Material. Dass die Engländer, siehst du alles zusammen geklaut haben. Ja, ich weiß das nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vor uns war ein großer Flieger, da müssen wir einen bestimmten Abstand behalten. Sonst fliegen wir in seinen Windschatten. Und dann... Jetzt stehen wir auch in der Zeitung. Ja. 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 Du hast ja praktisch auch. Aber wir sind nach den Brücken, das ist nach dem Südlichenbrücken. Nach dem Bach, ja. Und überall? Aber ich war weder in Mallorca, ich war weder in Mallorca. Das ist die schönste Liste. Ich weiß. Mallorca war ich aber noch nicht. Aber ich war auch noch nicht so 30 Jahre alt und hab ich mich aufm Speck. Der Moderna war ich auch nicht. Ich war nicht mehr zu Hause. Wie gesagt, ich war jetzt... Ich bin schon auf Heißer. Ich bin schon auf Heißer. Aber das ist Geschmacksam. Ich wollte einfach mal sagen, ich war jetzt das erste Mal in der Stadt Leifel über Weihnachten oder in Istanbul. Aber ich bin immer im Grunde. Menschlicherweise... Ich hätte das aber gerade nicht gemacht. Lachen Sie gerade mal? Weil ich eigentlich nur von einem Kaffee ins nächste Maschine kümmern kann. Ja. Ja. Das ist dauernd lang. Jetzt sind es auch 8 Millionen Euro. Mit dem Rehrunden. Ganz am stark werden. Die Lage ist sehr gut. Und die Einzige für mich natürlich. Der ist so schön. Ja, ja. Das sind die Gruppe. Wir sind im Sanz dran. Zur Zeit von dem Sanz, was die schönste Stadt der Welt. Also ich bin vier Tage gegangen. Und am ersten habe ich mir ein paar Hoseaus angeguckt. Und wir aus Rollas. Ich bin nur noch von einem Kaffee ins nächste Maschine. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich habe das auch. Und ganz unverschleiert. Das sind wir jetzt hier. Ja. Ja, ja. 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 Das haben sie auch nicht. Dafür zahlen die noch die Elemente. Also klar ist auch nicht. Ja. Ich bin. Vielen Dank.